Okay, Rapper, letztes Rapper jetzt, okay, passt auf, wir gehen einfach jeden durch, Bruder. Okay, nichts besonderes, aber schon in Ordnung, Lame kann ich mir nicht geben. Also hier, oder hier, soll ich streng beurteilen? Okay, ich beurteile streng, Bruder. Kenne ich nicht, kenne ich nicht, drei Pluses, Abstract kenne ich nicht, AdWords kenne ich nicht, Afrobs zu alt, Bruder. Das kann ich mir nicht geben, Bruder. Mhm. Machen wir mal kurz hier. Ja, machen wir einfach hier weg. Bruder, ich bin leider streng, Bruder. Mhm. Erstmal, erst mal, ich muss erst mal gucken. Boah, Digga. Boah, Bruder. Boah, Bruder. Kann ich mir nicht geben, aber ist gut. Ja, ich bin nicht gut. Bruder, Wallah, das ist schwierig, oder das? Was soll ich euch sagen? Das ist schwierig, Bruder. Ich muss gleich nochmal drüber gehen. Wo habe ich den jetzt hingepackt, den Ferro? Ja. 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 Schwierig, Bruder. Schwierig, Bruder. Warte, ich bin so streng, ja. Okay, lass mal, wir müssen hier ein bisschen Pass kippen, Bruder. Das sind... Ja. 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 Ich kann es mir nicht so geben, Bruder, das ist gut, aber das kann ich mir nicht so geben, Bruder. Das ist nicht meine Musik, Bruder. Bruder, sorry, Luciano, Bruder. Ich bin gemein, Bruder, ich sag dir ehrlich. Ich muss mal gleich nochmal... Bruder, was mach ich hier für den, Bruder, gell? Arruina, Digga. Ich muss noch eins, zwei Leute... Ich beurteile, ich muss nochmal gucken, Bruder. Ich muss nochmal gucken, Bruder. Ich muss nochmal gucken. Ich muss nochmal gucken gleich, Digga. Boah, Digga. Ja. 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 Bruder, schwierig, Bruder. Schwierig, Bruder. Okay, lass mich mal kurz gucken. P.A. ist der Beste von denen. Afti ist gut. Cilo Afti. Kapi. Summer Jam. Jesus. Von denen der Beste, oder keiner kriegt das hier, Digga, nicht Maschinen, die ist da oder so, Digga, weißt du. Ja, die sind so nicht so Ding. Er ist hier gut, meistens stark. Bushido ist schon stark immer. Crow ist auch schon immer stark, Kapu ist auch stark, aber... Ja, Alex Hesch kackt manchmal rein, Manuelsen kackt manchmal rein. Ich denke so, wer wäre nach deiner Meinung ganz oben? Es kommt drauf an, auf was? Auf was achtet man? Gehen wir jetzt von Lyrische aus? Dann würde ich so, so und so machen. Wenn wir von Lyrik ausgehen. Und so. Wenn wir von Lyrik ausgehen. Fahrt ist auch krass, Fahrt hatte früher eine krasse Zeit, ja. Da steht ja okay, nichts Besonderes, aber in Ordnung, ist in Ordnung. Ja, Kapu ist begrenzt stark, oder Kapu hat sehr starke Songs. Das ist ja mein persönlicher Geschmack, Jani. Aber ich denke mir, er ist jetzt nicht stärker als ein Vega, oder er ist auch nicht stärker als ein Dardan, oder er ist auch nicht stärker als ein Casey Rebel. So, verstehst du? Lyrik Summer Jam ist gut, ja. Summer Jam ist sehr stark, Lyrik. Ja, ich denke, ich schicke die so ab. Boah, ich habe viele Leute hier Unrecht angetan, ich sage euch ehrlich. Okay, Dreadys. Das war's, reicht jetzt, gut, reicht, 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 oder? Reicht, oder? Jetzt haben wir noch 25 Minuten. Entspannt, Digger, Mr. Nice, Sammy immer am Grinsen, immer positiv drauf, ich küsse deine Haare.